Ich denke, das war so ein typisches K.O.-Spiel. Beide Mannschaften haben sich so reingetastet in die Partie. Wir konnten einen entscheidenden Punch setzen und sind dann froh, das Spiel für uns entschieden zu haben gegen eine stark geradene Mannschaft, die uns dann bis zum Ende des Lebens schwer gemacht hat. Und nun freuen wir uns, dass wir unter den besten vier Mannschaften sind und warten auf unseren Halbfinalgegner. Und darauf gilt jetzt der Fokus. Ja, Bilbao ist unser Gegner. Ich denke, alle, die wissen wollen, wie Bilbao spielt, wer Bilbao ist, solltet ihr sich einfach nur das Viertelfinale gegen Albacete angucken. Eine leidenschaftlich kämpfende Mannschaft mit ganz viel Qualität. Ja, Champions League Halbfinale, was willst du mehr? Wir freuen uns riesig drauf. Morgen 17.30 Uhr, wir brauchen eure Unterstützung. Seid in Gedanken bei uns und dann werden wir mit allem, was wir haben, dagegenhalten und probieren ins Finale einzuziehen. Ja. 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 Ja.